Hallo zusammen, gute Nachrichten kommen aus Österreich. Die gesamte Bevölkerung kämpft gemeinsam. Die unteren Millionen gehen in den Lockdown und die oberen, ja, 100 oder wie auch immer, die feiern eine Party beim öffentlichen Rundfunk und sind guter Stimmung. Nur so kann man gemeinsam, ja, die Delta-Variante bekämpfen. Wir sind sehr vorbildlich. Wir denken, dass das in Deutschland auch so kommen wird. Wir hoffen es jedenfalls und wünschen schon mal Humba-Humba-Teteré. Unsere ganz besondere Bitte an Lauterbach, an Wieler, an Spahn, an Söder, ja, und all die anderen. Bitte feiert die Delta-Variante, tanzt die Delta-Variante einfach weg und schon ist alles gut. Ein wenig komplizierter geht es dagegen bei der WHO zu, der Weltgesundheitsorganisation. Und man könnte den Eindruck haben, dort sitzt eine Bande von Dorftrotteln. Während in Deutschland der Top-Experte Karl Lauterbach ja schon eine Lösung und eine Erklärung parat hat und genau Bescheid weiß, muss man dort bei der WHO noch lange forschen, um sich überhaupt ein Bild zu machen. Also Leute, holt den Lauterbach doch bitte nach New York oder wo immer diese Organisation sitzt. Vielleicht auch in der Schweiz, keine Ahnung, wäre es auch egal. Holt ihn hier weg. Wir werden den Verlust kaum verschmerzen können. Aber damit die Welt ja einen guten Verlauf nimmt, bitte holt ihn zu euch, damit das alles nicht so lange dauert. Dies ist umso dringender, weil der neue Feind, die südafrikanische Mutation, völlig unsichtbar ist. Und auch da ist Herr Lauterbach richtig gut. Während wir alle Alpha, Beta und Delta sehen konnten, haben kommen sehen und ja alle gut im Bilde waren, ist es jetzt so, dass der neue Feind völlig unsichtbar ist. Das ist neu, das ist gefährlich und nur Herr Lauterbach kann da helfen. Leute, in diesem Sinne, bleibt gelassen, habt Vertrauen, wir haben die Top-Experten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, habt einen schönen Abend, wir sehen und hören uns. Alles wird gut. Tschüss und ciao.